Gilbert Keyes Chesterton Der Schnelle An die seltsame Geschichte der beiden nicht zueinander passenden Fremden erinnert man sich auf jenem Streifen der Sussex-Küste immer noch, wo das weitläufige und ruhige Hotel namens The Maypole and Garland über seine eigenen Gärten auf die See blickt. Zwei wahrhaft wunderlich assortierte Gestalten betraten an jenem sonnigen Nachmittag jenes ruhige Hotel, die eine im Sonnenschein auffällig und über den ganzen Strand hin sichtbar, weil sie einen glänzenden grünen Turban trug, der ein braunes Gesicht und einen schwarzen Bart umfing, die andere wäre manchen wohl noch wilder und sonderbarer erschienen, da sie einen weichen, schwarzen geistlichen Hut zu einem gelben Schnurrbart und einer gelben Löwenmähne trug. Diesen Mann wenigstens hatte man oftmals auf den Sandstränden predigen oder mit einem kleinen Holzspaten Veranstaltungen der Kinder gegen den Alkohol dirigieren sehen, ganz sicherlich aber hatte man ihn niemals in die Bar eines Hotels gehen sehen. Die Ankunft dieser wunderlichen Gefährten war der Höhepunkt der Geschichte, nicht ihr Anfang. Und um eine reichlich rätselhafte Geschichte so klar wie nur möglich zu machen, ist es besser, mit dem Anfang anzufangen. Eine halbe Stunde bevor diese beiden auffälligen Gestalten das Hotel betreten hatten und von jedermann gesehen worden waren, hatten es zwei andere sehr unauffällige Gestalten betreten und waren von niemandem gesehen worden. Der eine war ein großer und auf schwerfällige Weise sehr ansehnlicher Mann, der aber den Kniff heraus hatte, sehr wenig Raum zu beanspruchen wie ein Hintergrund. Nur eine schon fast krankhaft misstrauische Untersuchung seiner Stiefel würde jedem erzählt haben, dass er Polizeiinspektor in Zivil war, sehr in Zivil. Der andere war ein farbloser und unbedeutender kleiner Mann, ebenfalls in ziviler Kleidung, nur handelte es sich um die Kleidung eines Geistlichen. Doch niemand hatte ihn je auf den Sandstränden Predigen gesehen. Diese Reisenden also fanden sich in einer Art großen Rauchsalons mit Bar wieder, und zwar aus einem Grund, der all die Ereignisse jenes tragischen Nachmittags bestimmte. Die Wahrheit ist, dass das achtbare Hotel namens The Maple in Garland so etwas wie aufgemöbelt wurde. Jene, die es in der Vergangenheit geliebt hatten, fühlten sich bewogen zu sagen, es werde herabgemöbelt oder vielleicht gar zermöbelt. Das war die Meinung des örtlichen Knorrhahns Mr. Ragley, jenes exzentrischen alten Gentlemans, der in einer Ecke Cherry Brandy trank und fluchte. Jedenfalls waren alle verstreuten Hinweise darauf, dass es einst ein englischer Gasthof gewesen war, sorgfältig entfernt worden. Und es wurde geschäftig Meter um Meter und Zimmer um Zimmer in etwas verwandelt, das dem Schwindelpalast eines levantischen Wucherers in einem amerikanischen Film ähnelte. Es wurde, kurz gesagt, dekoriert. Doch der einzige Teil, in dem die Dekoration bereits abgeschlossen war und in dem man es Gästen dennoch behaglich machen konnte, war dieser große Raum, der von der Eingangshalle abging. Er war einst ehrbar als Bar Parlor bekannt gewesen, wurde jetzt rätselhafterweise als Salon Lounge benannt und war neu dekoriert nach der Art eines asiatischen Divans. Denn orientalische Ornamente durchwucherten das neue Muster und wo einst eine Büchse an Haken gehangen hatte und Jagddrucke und ein ausgestopfter Fisch in einem Glaskasten gewesen waren, da gab es jetzt gelandten aus östlichen Wandbehängen und als Trophäen fernöstliche Krummsäbel und indische Krummsäbel und türkische Krummsäbel, wie in unbewusster Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn mit dem Turban. Der praktische Punkt jedoch war, dass die wenigen Gäste, die überhaupt kamen, in diese jetzt gefegte und geschmückte Lounge geführt werden mussten, weil alle gewöhnlicheren und feineren Teile des Hotels immer noch in einem Übergangszustand befindlich waren. Vielleicht war das auch der Grund dafür, weshalb selbst jene wenigen Gäste irgendwie vernachlässigt wurden, da der Manager und die anderen sonst wo mit Erklärungen oder Ermahnungen beschäftigt waren. Auf jeden Fall hatten die beiden ersten Reisenden, die da ankamen, eine ganze Weile ungeduldig mit den Hacken zu scharen, ehe man sich um sie kümmerte. Die Bar war im Augenblick vollständig leer und der Inspektor klingelte und klopfte ungeduldig auf den Tresen, aber der kleine Geistliche hatte sich bereits in einen Lounge-Sessel fallen lassen und schien mit nichts in Eile. Tatsächlich bemerkte sein Freund der Polizist, als er den Kopf wandte, dass das runde Gesicht des kleinen Geistlichen ganz leer geworden war, wie es das manchmal wurde. Er schien durch seine mondähnlichen Brillengläser auf die neu dekorierte Wand zu starren. »Ich könnte Ihnen genauso gut einen Penny für Ihre Gedanken anbieten«, sagte Inspektor Greenwood und wandte sich mit einem Säufzer von der Bar ab. »Da niemand sonst meine Pennys für irgendwas anderes zu haben wollen scheint. Offensichtlich ist dieser Raum der einzige hier im Haus, der nicht voller Leitern und Tünche ist, und er ist so leer, dass es nicht einmal einen Bierkellner gibt, mir einen Humpen Bier zu geben.« »Oh, meine Gedanken sind keinen Penny wert, geschweige denn ein Humpen Bier«, antwortete der Geistliche und rieb sich die Brillengläser. »Ich weiß nicht warum, aber ich dachte gerade daran, wie leicht es wäre, hier einen Mord zu begehen.« »Das ist ja gut und schön für Sie, Pater Brown«, sagte der Inspektor gut gelaunt. »Sie haben schließlich mehr Morde gehabt, als Ihnen fairerweise zusteht. Und wir armen Polizisten sitzen während unseres ganzen Lebens herum und hungern sogar nach einem Kleinen. Aber warum sagen Sie?« »Oh, ich sehe, dass Sie all diese türkischen Dolche an der Wand betrachten. Da gibt es wirklich reichlich Gegenstände, mit denen man einen Mord begehen könnte, wenn es das ist, was Sie meinen. Aber auch nicht mehr als in jeder normalen Küche. Küchenmesser und Stockeisen und was nicht alles, das ist es nicht, wo der Haken in einem Mord sitzt.« Pater Brown schien sich seine schweifenden Gedanken in einiger Verwirrung zurückzurufen und sagte, das nehme er auch an. »Mord ist immer einfach«, sagte Inspektor Greenwood. »Es kann kaum etwas geben, das einfacher als ein Mord wäre. Ich könnte Sie in dieser Minute ermorden, einfacher, als ich in dieser verdammten Bar etwas zu trinken bekommen kann. Die einzige Schwierigkeit ist, einen Mord so abzuliefern, dass man sich nicht zugleich als Mörder ausliefert. Es ist diese Scheu, sich zu einem Mord zu bekennen. Es ist diese törichte Bescheidenheit von Mördern in Bezug auf ihre eigenen Meisterwerke, die Schwierigkeiten macht. Die kleben an dieser außerordentlich fixen Idee, Menschen zu töten, ohne entdeckt zu werden, und das hält sie zurück, selbst in einem Zimmer voller Dolche. Andernfalls würde jeder Messerladen mit Leichen vollgestopft sein. Und das erklärt übrigens auch die eine Art Mord, die wirklich nicht verhindert werden kann. Weshalb man natürlich uns armen Polypen immer wieder vorwirft, ihn nicht verhindert zu haben. Wenn ein Verrückter einen König oder einen Präsidenten ermordet, kann das nicht verhindert werden. Man kann einen König nicht im Kohlenkeller leben lassen oder einen Präsidenten in einem Safe herumschleppen. Jeder kann ihn ermorden, wenn es ihn nicht stört, ein Mörder zu sein. Deshalb ist der Verrückte wie der Märtyrer irgendwie nicht von dieser Welt. Ein wirklicher Fanatiker kann immer jeden töten, den er töten will. Bevor der Priester antworten konnte, brach eine fröhliche Bande von Handelsreisenden wie ein Schwarm Schnabelfische in den Raum. Und das prachtvolle Gebell eines großen, strahlenden Mannes mit einer ebenso großen und strahlenden Krawattennadel brachte den beflissenen und unterwürfigen Manager im Laufschritt herbei wie einen Hund die Pfeife des Herrchens und mit einer Geschwindigkeit, die die Polizei in Zivil vergeblich zu inspirieren versucht hatte. »Es tut mir wirklich furchtbar leid, Mr. Jukes«, sagte der Manager, der ein ziemlich aufgeregtes Lächeln trug und eine Welle oder ein Gelock von sehr lackiertem Haar quer über die Stirne. »Wir sind im Augenblick ziemlich unterbesetzt und ich hatte mich im Hotel um etwas zu kümmern, Mr. Jukes.« Mr. Jukes war großzügig, aber auf eine lärmige Weise. Und er bestellte eine Runde Getränke, wobei er selbst dem fast kriechenden Manager eines zugestand. Mr. Jukes reiste für eine sehr berühmte und mondäne Wein- und Brände-Firma und mag sich wohl als der rechtmäßige Anführer an einem solchen Ort vorgekommen sein. Auf jeden Fall begann er einen dröhnenden Monolog, der dazu neigte, dem Manager klarzumachen, wie er sein Hotel zu managen habe, und die anderen schienen ihn als Autorität anzuerkennen. Der Polizist und der Priester hatten sich auf eine niedrige Bank an einem Tischchen im Hintergrund zurückgezogen, von wo aus sie die Vorgänge beobachteten, bis zu jenem wahrhaft bemerkenswerten Augenblick, in dem der Polizist sehr entscheidend einzuschreiten hatte. Denn das nächste Ereignis war, wie bereits berichtet, die erstaunliche Erscheinung eines braunen Asiaten in einem grünen Turban, begleitet von der, falls möglich, noch erstaunlicheren Erscheinung eines Freikirchenpriesters. Vorzeichen, wie sie vor einem Schicksalsschlag auftreten. In diesem Fall gab es keinen Zweifel an der Offenkundigkeit der Vorbedeutung. Ein schweigsamer, aber aufmerksamer Boy, der die Stufen während der letzten Stunden gereinigt hatte, ein gemächlicher Arbeiter, der dunkle, fette, massige Barkellner, selbst der diplomatische, aber abgelenkte Manager, sie alle waren Zeugen des Wunders. Die Erscheinungen, wie Skeptiker sagen, waren Folge völlig natürlicher Ursachen. Der Mann mit der gelben Haarmähne und der halbpriesterlichen Kleidung war nicht nur als Prediger auf den Sandstränden bekannt, sondern auch als Propagandist in der ganzen modernen Welt. Er war kein Geringerer als Reverend David Price Jones, dessen weithin hallende Schlagwort Prohibition und Purifikation für unser Land und die Briten in Übersee lautete. Er war ein ausgezeichneter öffentlicher Redner und Organisator, und es war ihm ein Gedanke gekommen, der den Prohibitionisten schon vor Langem hätte kommen sollen. Es war der einfache Gedanke, dass, wenn Prohibition richtig ist, Ehre dem Propheten zu erweisen sei, der vielleicht der erste Prohibitionist war. Er hatte mit den Führern des muhammedanischen religiösen Denkens korrespondiert und schließlich einen distinguierten Moslem, einer seiner Namen lautete Akbar, und die übrigen waren eine unübersetzbare Anhäufung Allas, mitsamt seiner Eigenschaften, bewogen herzukommen und in England über das alte muslimische Weinveto zu lehren. Von beiden war mit Sicherheit keiner je zuvor in der Bar eines Restaurants gewesen, aber dahin waren sie durch den bereits beschriebenen Vorgang geraten. Aus dem eleganten Teesalon fair und in den neu dekorierten Salon getrieben. Vielleicht wäre alles gut gegangen, wäre der große Prohibitionist nicht in seiner Unschuld an den Tresen getreten und hätte er nicht ein Glas Milch bestellt. Die Handelsreisenden stießen, obwohl eine freundliche Rasse, unwillkürliche Schmerzenslaute aus. Ein Gemurmel unterdrückter Witze wurde gehört wie »Vorsicht vor dem Trog« oder »Bring doch besser die ganze Kuh her«. Der großmütige Mr. Jukes aber, der sich bei seinem Reichtum und seiner Krawattennadel verpflichtet fühlte, einen feineren Humor hervorzubringen, fächerte sich Luft zu wie einer, der gleich ohnmächtig wird, und sagte pathetisch »Die wissen, dass man mich mit einer Feder umhauen kann. Die wissen, dass ein Atemzug mich fortpusten wird. Die wissen, dass mein Arzt gesagt hat, ich dürfe mich solchen Schocks nicht aussetzen. Und dann kommen sie her und trinken vor meinen Augen kaltblütig kalte Milch.« Reverend David Price Jones, daran gewöhnt sich mit Zwischenrufern bei öffentlichen Versammlungen auseinanderzusetzen, war so unklug, sich in dieser so ganz anderen und sehr viel volkstümlicheren Atmosphäre auf Gegenvorhaltungen und Gegenbeschuldigungen einzulassen. Der völlig enthaltsame Orientale enthielt sich der Rede ebenso wie der geistigen Getränke und gewann so handelnd zweifellos an Würde. Tatsächlich trug die muslimische Kultur, soweit es ihn betraf, sicherlich einen schweigenden Sieg davon. Er war so augenscheinlich so viel mehr ein Herr als die Herren vom Handelsbetrieb, dass sich gegen seine aristokratische Abgehobenheit eine schwache Verärgerung zu erheben begann. Und als Mr. Price Jones begann, in seiner Argumentation gerade hierauf anzuspielen, wurde die Spannung in der Tat höchst akut. »Ich frage euch, Freunde«, sagte Mr. Price Jones mit weit ausholenden Plattformgesten, »warum unser Freund hier uns Christen ein Beispiel in wahrer christlicher Selbstkontrolle und Brüderlichkeit setzt, warum er hier steht als Vorbild der wahren Christlichkeit, der wirklichen Verfeinerung des echten Verhaltens eines Gentleman inmitten all der Zänkereien und Streitigkeiten an Orten wie diesem. Weil bei allen Differenzen in der Doktrin zwischen uns in seinem Heimatboden wenigstens niemals die Pflanze des Bösen, der verfluchte Hopfen oder Wein.« Just in diesem kritischen Augenblick der Auseinandersetzung geschah es, daß John Ragley, der stürmische Sturmvogel in hundert kontroversen Stürmen, rotgesichtig und weißhaarig, und den antiquierten Zylinder auf dem Hinterhaupt und seinen Spazierstock wie eine Keule schwingend, das Haus wie eine Invasionsarmee betrat. John Ragley wurde im Allgemeinen als ein Spinner angesehen. Er gehörte zu jener Sorte Mann, die Briefe an die Zeitungen schreibt, in denen sie gewöhnlich nicht erscheinen, die aber später als Flugschriften erscheinen, auf eigene Kosten gedruckt oder verdruckt und an Hunderte von Papierkörben verteilt werden. Er hatte gleichermaßen mit den Tory-Landbesitzern wie mit den Landräten der Radikalen gestritten und er misstraute praktisch allem, was in Geschäften verkauft wird oder selbst in Hotels. Aber hinter seinen Torheiten steckten Tatsachen. Er kannte jede Ecke und jede eigenartige Einzelheit des Landes und er war ein scharfer Beobachter. Und selbst der Manager, ein gewisser Mr. Wills, empfand für Mr. Ragley den Schatten eines Respektes, da er eine Nase für jene Art von Verrücktheiten besaß, die den Angehörigen des niederen Adels erlaubt ist. Zwar keineswegs die kriecherische Ergebenheit, die er vor der juwialen Herrlichkeit des Mr. Dukes empfand, der im Handel wirklich ausgezeichnet war, aber doch wenigstens eine Neigung, Streitereien mit dem alten Knurrhahn zu vermeiden, teilweise vielleicht auch nur aus Angst vor der Zunge des alten Knurrhahns. »Und für Sie das übliche, Sir?« fragte Mr. Wills und lehnte sich anzüglich grinsend über den Tresen. »Ist ja schließlich das einzige ehrliche Zeugs, was Sie noch haben,« höhnte Mr. Ragley und schmiss seinen wunderlichen und antiquierten Hut hin. »Verdammt, ich glaube manchmal, das einzige Englische, was es noch in England gibt, ist Kirschlikör. Kirschlikör schmeckt nach Kirschen. Können Sie mir irgendein Bier nennen, das nach Hopfen schmeckt, oder irgendeinen Apfelwein, der nach Äpfeln schmeckt, oder irgendein Wein, der auch nur die entferntesten Hinweise darauf enthält, dass er aus Weintrauben gemacht ist? Gegenwärtig geht ein höllischer Schwindel um in allen Kneipen des Landes, der in jedem anderen Land eine Revolution hervorrufen würde. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe da ein oder zwei Dinge herausgefunden. Warten Sie ab, bis ich das gedruckt bekomme, und dann werden die Leute aufhorchen, wenn ich Schluss damit machen könnte, dass unsere Leute mit all diesen üblen Getränken vergiftet werden. Und hier zeigte der Reverend David Price Jones wiederum einen gewissen Mangel an Takt, obwohl der eine Tugend war, die er geradezu verzehrte. Er war so unklug, ein Bündnis mit Mr. Wackley zu versuchen, und zwar wegen einer leichten Verwirrung des Gedankens an schlechte Getränke mit dem Gedanken, dass Getränke schlecht sind. Und erneut unternahm er es, seinen steifen und statuarischen Freund aus dem Osten als einen verfeinerten Ausländer, der unseren groben englischen Sitten überlegen ist, in die Auseinandersetzung zu ziehen. Er war sogar so töricht, von einem weiteren theologischen Ausblick zu sprechen und schließlich gar den Namen Mohameds zu erwähnen, dem eine Art von Explosion wie ein Echo folgte. »Gott verfluche Ihre Seele!« brüllte Mr. Wackley mit weniger weitem theologischem Ausblick. »Wollen Sie behaupten, Engländer dürften kein englisches Bier trinken, weil Wein in einer verfluchten Wüste von dem dreckigen alten Schwindler Mohamed verboten worden ist?« Im nächsten Augenblick hatte der Inspektor der Polizei mit einem langen Schritt die Mitte des Raumes erreicht, denn im Augenblick zuvor hatte sich im Verhalten des orientalischen Herrn, der bis dahin mit stetigen und schimmernden Augen vollkommen still dargestanden hatte, eine bemerkenswerte Veränderung vollzogen. Er machte sich jetzt daran, ein Beispiel wahrer christlicher Selbstkontrolle und Brüderlichkeit zu geben, wie sein Freund gesagt hatte, indem er mit einem Tigersprung die Wand erreichte, eines der schweren dort hängenden Messer herabriss und es losschleuderte, wie einen Stein aus der Schlinge, so daß es bebend genau einen halben Zentimeter über Mr. Wackleys Ohr in der Wand stecken blieb. Es würde zweifellos in Mr. Wackley gesteckt haben, wenn Inspektor Greenwood nicht gerade noch rechtzeitig gekommen wäre, um an dem Arm zu zerren und so die Zielgenauigkeit zu stören. Pater Brown verblieb auf seinem Sessel und betrachtete die Szene mit zusammengekniffenen Augen und einem Kniff fast wie ein Lächeln in den Mundwinkeln, als ob er etwas jenseits der augenblicklichen Gewalttätigkeit des Streites sähe. Und dann nahm der Streit eine eigenartige Wendung, die nicht eben jeder verstehen wird, solange Männer wie Mr. John Wackley nicht besser verstanden werden, als sie sind. Denn der rotgesichtige, alte Fanatiker stand auf und lachte brüllend los, als handele es sich um den besten Witz, den er je gehört hatte. All seine bissigen Schmähungen und all seine Bitterkeit schienen ihn verlassen zu haben, und er betrachtete den anderen Fanatiker, der gerade versucht hatte, ihn zu ermorden, mit einer Art lärmigen Wohlwollens. »Verdammt seien Ihre Augen!« sagte er, »aber Sie sind der erste Mann, den ich seit 20 Jahren getroffen habe!« »Erheben Sie Anklage gegen diesen Mann, Sir?« fragte der Inspektor und sah zweifelnd drein. »Anklage? Natürlich nicht!« sagte Wackley. »Ich würde ihm einen Drink ausgeben, wenn ihm Getränke erlaubt wären. Ich hatte kein Recht, seine Religion zu beleidigen, und ich wünschte bei Gott, ihr Stinktiere hättet nur den Mut, einen Mann zu töten, weil er, ich will nicht sagen, eure Religion beleidigt, denn ihr habt keine, aber, weil er irgendwas beleidigt, selbst euer Bier.« »Jetzt hat er uns alle Stinktiere genannt«, sagte Pater Brown zu Greenwood. »Frieden und Harmonie scheinen wiederhergestellt zu sein. Ich wollte, dass der Enthaltsamkeitsapostel sich selbst auf das Messer seines Freundes spießte, denn er hat all dieses Unheil angerichtet.« Während er sprach, begannen sich die merkwürdigen Gruppen im Raum bereits aufzulösen. Es hatte sich als möglich herausgestellt, das Verhandlungszimmer für die Handelsreisenden zu räumen, und sie begaben sich dorthin, und der Schankkellner trug ihnen eine weitere Runde Getränke auf einem Tablett hinterher. Pater Brown stand einen Augenblick lang da und starrte auf die auf dem Tresen stehen gelassenen Gläser und erkannte sofort das Glas mit Milch voll übler Vorbedeutung und ein anderes, das nach Whisky roch, und wandte sich dann gerade noch rechtzeitig um, um den Abschied jener beiden wunderlichen Gestalten zu beobachten, der Fanatiker des Westens und des Ostens. Ragley war immer noch von wilder Herzlichkeit, und immer noch war da etwas Verdunkelndes und Düsteres um den Moslem, das vielleicht natürlich war, aber er verneigte sich tief mit gewichtigen Gesten würdevoller Versöhnlichkeit, und es gab alle Anzeichen dafür, dass der Ärger wirklich vorüber war. Einige Bedeutung jedoch haftete, zumindest im Geiste Pater Browns, der Erinnerung und der Auslegung jener letzten höflichen Grüße zwischen den Kombatanten an. Denn seltsamerweise fand Pater Brown, als er sehr früh am nächsten Morgen herabkam, um seinen geistlichen Pflichten in der Nachbarschaft nachzukommen, die lange Salonbar mit ihrer fantastischen asiatischen Ausschmückung vom toten weißen Licht des Tagesanbruchs erfüllt, in dem jedes Detail scharf hervortrat. Und eines dieser Details war der tote Körper von John Ragley, der gekrümmt in eine Ecke des Raums gequetscht war, den krummen Dolch mit dem schweren Griff ins Herz gerammt. Pater Brown stieg die Treppen sehr leise wieder hinauf und rief seinen Freund, den Inspektor, herbei. Und dann standen beide neben der Leiche in einem Haus, in dem sich niemand sonst schon rührte. »Wir müssen das Offensichtliche weder annehmen noch übersehen,« sagte Greenwood nach einem Schweigen, »aber ich glaube, dass es gut ist, sich an das zu erinnern, was ich Ihnen gestern Nachmittag gesagt habe. Übrigens ist es eigentlich merkwürdig, dass ich es wirklich gesagt habe. Gestern Nachmittag.« »Ich weiß,« sagte der Priester mit eulenhaftem Starren. »Ich sagte,« bemerkte Greenwood, »dass die einzige Art von Mord, die wir nicht verhindern können, die durch jemanden wie einen religiösen Fanatiker ist. Dieser braune Knabe glaubt vermutlich, dass er unmittelbar ins Paradies eingeht, wenn er gehängt wird, weil er die Ehre des Propheten verteidigt hat.« »Das ist natürlich so,« sagte Pater Brown. »Es wäre sozusagen sehr vernünftig von unserem muslimischen Freund gewesen, wenn er ihn erstochen hätte. Und Sie können auch sagen, dass wir bisher von niemand anderem wissen, der ihn überhaupt vernünftigerweise erstochen haben könnte, aber... aber ich denke gerade...« Und plötzlich wurde sein rundes Gesicht wieder leer und alle Rede erstarb auf seinen Lippen. »Was ist denn jetzt los?« fragte der andere. »Na ja, ich weiß, es klingt komisch,« sagte Pater Brown mit verlorener Stimme, »aber ich denke...« »Ich denke, dass es in gewisser Weise keine große Rolle spielt, wer ihn erstochen hat.« »Ist das die neue Moralität?« fragte sein Freund. »Oder vielleicht die alte Kasuistik? Setzen sich die Jesuiten tatsächlich für Mord ein?« »Ich habe nicht gesagt, es spiele keine Rolle, wer ihn ermordet hat,« sagte Pater Brown. »Natürlich könnte der Mann, der ihn erstochen hat, auch der Mann sein, der ihn ermordet hat. Aber es könnte auch ein ganz anderer Mann sein. Auf jeden Fall geschah es zu verschiedenen Zeiten. Ich nehme an, Sie werden den Griff auf Fingerabdrücke hin bearbeiten wollen, aber nehmen Sie die nicht so ernst. Ich kann mir andere Gründe für andere Leute vorstellen, dieses Messer in den armen alten Knaben zu stecken. Nicht sehr erbauliche Gründe, natürlich, aber doch sehr unterschiedliche von Mord. Sie werden noch ein paar Messer mehr in ihn hineinstecken müssen, ehe Sie das herausfinden werden. Sie meinen,« begann der andere und beobachtete ihn scharf. »Ich meine, die Autopsie,« sagte der Priester, um die wirkliche Todesursache herauszufinden. »Ich glaube, Sie haben ganz recht,« sagte der Inspektor, »was das Gestäche angeht jedenfalls. Wir müssen auf den Doktor warten, aber ich bin ziemlich sicher, dass er Ihnen recht geben wird. Da ist nicht genug Blut. Dieses Messer ist in die Leiche gestochen worden, als sie schon seit Stunden kalt war. Aber warum?« »Vermutlich, um den Mohamedaner zu belasten,« antwortete Pater Brown. »Ziemlich niederträchtig, gebe ich zu, aber nicht notwendigerweise Mord. Ich stelle mir vor, dass es hier Leute gibt, die versuchen, Geheimnisse zu bewahren, ohne aber notwendigerweise die Mörder zu sein.« »Auf dieser Linie habe ich überhaupt noch nicht überlegt,« sagte Greenwood. »Was hat sie denn darauf gebracht?« »Was ich gestern gesagt habe, als wir zuerst in diesen scheußlichen Raum kamen. Ich sagte, es wäre leicht, hier einen Mord zu begehen, aber dabei dachte ich nicht an diese blöden Waffen, obwohl sie glaubten, ich täte es, sondern an etwas ganz anderes.« Während der nächsten Stunden führten der Inspektor und sein Freund eine eingehende und gründliche Untersuchung des Kommens und Gehens aller während der letzten 24 Stunden durch, der Art, in der die Drinks ausgegeben worden waren, der Gläser, die bereits gespült oder ungespült waren, und einer jeden anderen Einzelheit im Hinblick auf jede einzelne der beteiligten oder allem Anschein nach nicht beteiligten Personen. Man hätte annehmen können, sie dächten, nicht nur einer, sondern 30 Menschen seien vergiftet worden. Sicher schien zu sein, dass niemand das Gebäude sonst wie betreten hatte, als durch den Haupteingang neben der Bar. Alle anderen Zugänge waren auf die eine oder andere Weise durch die Reparaturarbeiten blockiert. Ein Boy hatte die Treppe vor diesem Eingang gereinigt, aber er hatte nichts Eindeutiges zu berichten. Bis zu dem erstaunlichen Auftritt des Türken im Turban mit seinem abstinenzlerischen Prediger schien es überhaupt nicht viel Kundschaft irgendeiner Art gegeben zu haben, mit Ausnahme der Handelsreisenden, die hereingekommen waren, um einen auf die Schnelle zu nehmen. Und sie schienen sich alle gemeinsam bewegt zu haben, wie Wordsworth Wolke. Es gab einen kleinen Meinungsunterschied zwischen dem Boy draußen und den Männern drinnen, ob dabei nicht einer von ihnen besonders schnell gewesen sei, einen auf die Schnelle zu bekommen und selbst auf die Treppe vor dem Eingang herausgekommen sei. Aber weder der Manager noch der Barmann konnten sich an ein solches unabhängiges Individuum erinnern. Der Manager und der Barmann kannten die Reisenden ziemlich gut und hinsichtlich ihrer Bewegungen insgesamt gab es keine Zweifel. Sie hatten schwatzend und trinkend an der Bar gestanden. Sie waren durch ihren herrischen Anführer Mr. Jukes in eine nicht allzu ernsthafte Auseinandersetzung mit Mr. Price Jones verwickelt worden und dann waren sie Zeugen der jenen und sehr ernsthaften Auseinandersetzung zwischen Mr. Akbar und Mr. Wackley geworden. Dann war ihnen mitgeteilt worden, sie könnten sich in das Verhandlungszimmer begeben, was sie auch taten, während ihnen ihre Getränke wie Trophäen nachgetragen wurden. Es gibt reichlich wenig, von dem wir ausgehen können, sagte Inspektor Greenwood. Natürlich musste ein Haufen von übereifrigen Dienstboten seine Arbeit wie üblich tun und alle Gläser auswaschen, einschließlich des Glases vom alten Ragley. Wenn nicht alle anderen so effizient wären, könnten wir Detektive ziemlich effizient sein. Ich weiß, sagte Pater Brown und sein Mund nahm wieder jenes verzehrte Lächeln an. Ich glaube manchmal, dass die Verbrecher die Hygiene erfunden haben. Oder vielleicht haben Hygienereformer das Verbrechen erfunden. Sie sehen danach aus, zumindest einige. Jeder redet von fauligen Löchern und dreckigen Slums, in denen das Verbrechen sich frei austoben kann, aber es ist genau umgekehrt. Man nennt sie nicht verfault, weil da Verbrechen begangen werden, sondern weil man da Verbrechen entdeckt. Frei austoben kann sich das Verbrechen an gepflegten, fleckenlosen, sauberen und aufgeräumten Orten. Kein Schmutz, um darin Fußabdrücke zu hinterlassen, kein Bodensatz, der Gift enthält, freundliche Dienstboten, die alle Spuren des Mordes auswaschen, und der Mörder tötet und verbrennt seine sechs Frauen und nur, weil ein bisschen christlicher Schmutz fehlt. Vielleicht drücke ich mich etwas zu hitzig aus, aber sehen sie sich das hier an. Zufällig erinnere ich mich an ein Glas, das seither sicherlich gereinigt worden ist, aber ich würde gern mehr darüber wissen. Sie meinen das Glas von Ragley, sagte Greenwood. Nein, ich meine das Glas von niemand, erwiderte der Priester. Es stand nahe bei dem Glas mit Milch und enthielt noch drei oder vier Zentimeter Whisky. Nun, sie und ich hatten keinen Whisky. Ich erinnere mich, dass der Manager, als ihn der Juwiale Dukes aushielt, einen Tropfen Gin nahm. Ich hoffe nicht, dass sie andeuten wollen, unser Moslem sei ein durch den grünen Torbahn maskierter Whisky-Trinker gewesen, oder dass der Reverend David Price Jones es fertig gebracht hat, Milch und Whisky zugleich zu trinken, ohne es zu bemerken. Die meisten der Handelsreisenden haben Whisky genommen, sagte der Inspektor, tun sie normalerweise. Ja, und normalerweise achten sie darauf, dass sie ihn auch bekommen, antwortete Pater Brown. In diesem Fall haben sie ihn sich sorgsam in ihren Raum nachtragen lassen, dieses Glas aber ist zurückgeblieben. Ein Zufall nehme ich an, sagte Greenwood zweifelnd. Der Mann hätte sich hinterher im Verhandlungszimmer leicht ein anderes geben lassen können. Pater Brown schüttelte den Kopf. Sie müssen die Menschen sehen, wie sie sind. Nun also, diese Sorte hier, na schön, manche nennen sie vulgär und manche gewöhnlich, aber das sind Fragen von Vorlieben und Vorurteilen. Ich würde mich damit begnügen, zu sagen, dass sie größtenteils einfache Menschen sind. Viele von ihnen sind gute Menschen, höchst zufrieden, wenn sie zu ihren Frauen und ihren Kindern zurückfahren können. Manche von ihnen mögen Schufte sein, mögen mehrere Geliebte gehabt oder sogar mehrere Geliebte ermordet haben, aber die meisten von ihnen sind einfache Menschen und wohlgemerkt nur ein ganz klein bisschen angetrunken, nicht Messor zu Oxford ist betrunkener. Wenn aber diese Art Menschen diesen Grad der angeheiterten Geselligkeit erreicht hat, dann kann sie nicht anders als Dinge zu bemerken und zwar sehr laut zu bemerken. Haben sie noch nie beobachtet, wie der kleinste Zwischenfall sie zum Reden zwingt? Wenn das Bier überschäumt, schäumen sie mit ihm über und müssen sagen Hoppla Emma oder mit mir hast du's ist einfach unmöglich, daß fünf dieser feierfröhlichen Wesen um einen Tisch im Verhandlungszimmer herum sitzen und nur vier Gläser vor sich haben, so daß der fünfte Mann leer ausgeht, ohne daß darüber ein Geschrei entstünde. Wahrscheinlich würden sie alle miteinander schreien, sicherlich aber würde er ein Geschrei erheben. Er würde nicht wie ein Engländer aus einer anderen Klasse abwarten, bis würde dröhnen von und was ist mit mir Armen oder hey George, bin ich etwa den Temperenzlern beigetreten oder siehst du in meinem Turban irgendwo grünes George? Aber der Barmann hat keine Klagen dieser Art gehört, deshalb nehme ich es als sicher an, daß das stehen gelassene Glas Whisky von jemand anderem fast geleert worden ist, jemand, an den sich denn so jemanden vorstellen? fragte der andere. Nur weil der Manager und der Barmann von so einer Person nichts wissen wollen, verwerfen sie das einzige unabhängige Beweisstück, das Zeugnis des Boys, der draußen die Stufen kehrte. Er sagt, daß ein Mann, der durchaus ein Handelsreisender hätte sein können, der sich aber in Wirklichkeit nicht den anderen Anschloss reingegangen ist und fast sofort danach wieder rauskam. Der Manager und der Barmann haben ihn nicht gesehen oder sagen, sie hätten ihn nicht gesehen, aber irgendwie hat er an der Bar ein Glas Whisky bekommen. Wir wollen ihn um des Argumentes willen den Schnellen nennen. Nun wissen sie, daß ich mich nicht oft in ihre Angelegenheiten einmische, die sie nach meiner Kenntnis besser beherrschen als ich oder als ich es möchte. Ich habe niemals irgendwas damit zu tun gehabt, die Polizeimaschine in Tätigkeit zu setzen oder Verbrecher zu jagen oder irgendwas in dieser Art. Aber zum ersten Mal in meinem Leben möchte ich das jetzt tun. Ich möchte, daß sie den Schnellen aufspüren, daß sie dem Schnellen bis ans Ende der Welt folgen, daß sie die ganze teuflische amtliche Maschinerie in Gang setzen wie ein Schleppnetz quer durch die Nationen und den Schnellen schleunigst schnappen, denn der ist der Mann, den wir suchen. Greenwood machte eine verzweifelte Geste. Hat er ein Gesicht oder eine Gestalt oder irgendeine sichtbare Eigenschaft außer der der Schnelligkeit? fragte er. Er trug einen Mantel mit Schulterumhang nach Inverness Art, sagte Pater Brown, und er sagte dem Boyd draußen, er müsse am nächsten Morgen in Edinburgh sein. Das ist alles, an was sich der Junge erinnert, aber ich weiß, dass ihre Organisation Leute schon aufgrund geringerer Hinweise aufgespürt hat. Sie scheinen darauf sehr scharf zu sein, sagte der Inspektor etwas verwirrt. Der Priester sah auch so aus, als ob ihn seine eigenen Gedanken etwas verwirrt hätten. Er saß da mit Sehen Sie, es ist so einfach missverstanden zu werden. Alle Menschen sind von Bedeutung. Sie sind von Bedeutung. Ich bin von Bedeutung. Daran zu glauben ist das Schwierigste in der Theologie. Der Inspektor starrte ihn verständnislos an, aber er fuhr fort, wir sind für Gott von Bedeutung. Gott allein weiß warum. Das ist die einzige mögliche Rechtfertigung für die Existenz von Polizisten. Der Polizist schien hinsichtlich seiner eigenen kosmischen Rechtfertigung nicht eben erleuchtet. Begreifen sie denn nicht, das Gesetz hat in gewisser Weise schließlich Recht. Wenn alle Menschen von Bedeutung sind, sind alle Morde von Bedeutung. Das, was er so geheimnisvoll geschaffen hat, dürfen wir nicht geheimnisvoll zerstören lassen, aber er sprach das letzte Wort scharf aus, wie einer, der eine weitere Entscheidung trifft. Aber wenn ich einmal von dieser mystischen Ebene der Gleichheit herabsteige, dann kann ich nicht sehen, weshalb die meisten ihrer bedeutenden Morde besonders bedeutend wären. Sie erzählen mir immer wieder, dass dieser oder jener Fall bedeutend ist. Als einfacher, praktischer Mann von Welt muss ich begreifen, dass es der Ministerpräsident ist, der ermordet wurde. Als einfacher, praktischer Mann von Welt glaube ich nicht, dass der Ministerpräsident von irgendeiner Bedeutung ist. Unter dem Blickwinkel menschlicher Bedeutung würde ich sagen, dass er sozusagen gar nicht vorhanden ist. Glauben Sie, dass wenn er und all die anderen Männer der Öffentlichkeit morgen erschossen würden, andere Männer nicht aufstünden und erklärten, alle nur möglichen Regierung die Angelegenheit aufs Ernsthafteste erwöge? Die Beherrscher der modernen Welt sind ohne Bedeutung. Sogar die wirklichen Beherrscher sind nicht von großer Bedeutung. Kaum jemand, von dem Sie je in den Zeitungen lesen, ist von irgendeiner Bedeutung. Er stand auf und schlug leicht auf den Tisch. Eine seiner seltenen Gesten und wieder veränderte sich seine Stimme. Aber Ragley war von Bedeutung. Er war einer aus einer großen Linie von vielleicht einem halben Dutzend Männern, die England hätten retten können. Sie stehen aufrecht, stark und dunkel wie unbeachtete Wegweiser entlang der ganzen sanft herabführenden Straße, die in diesem Sumpf des reinen wirtschaftlichen Zusammenbruchs geendet hat. Dekan Swift und Dr. Johnson und der alte William Cobbett, sie alle wurden von ihren Freunden geliebt und sie alle verdienten das. Haben sie denn nicht gesehen, wie dieser alte Mann mit dem Herzen eines Löwen aufgestanden ist und seinem Gegner vergeben hat, wie nur Kämpfer vergeben können? Er hat genau das getan, wovon der Temperenzprediger redete. Er hat uns Christen ein Beispiel gegeben und war ein Muster der Christlichkeit. Und wenn es einen faulen und glaube ich von Bedeutung, von so großer Bedeutung, dass sogar der moderne Polizeiapparat zu einem Ding wird, dessen sich jede redliche Person bedienen wird. Ach, sagen sie es nicht, und deshalb möchte ich für einmal wirklich Gebrauch von ihnen machen. Und so könnten wir über eine gewisse Spanne jener sonderbaren Tage und Nächte fast behaupten, dass die kleine Gestalt Pater Browns all die Armeen und Maschinerien der Polizeistreitkräfte der Krone vor sich her in Aktion trieb, wie die kleine Gestalt Napoleons die Batterien und Schlacht Reihen jener weit gespannten Strategie vor sich her trieb, die Europa überspannte. Polizeiposten und Postämter arbeiteten Tag und Nacht. Der Verkehr wurde aufgehalten, Korrespondenzen wurden abgefangen, Nachforschungen wurden an Hunderten von Stellen durchgeführt, um die flüchtige Spur jener geisterhaften Gestalt ohne Gesicht oder Namen in einem Umhangmantel nach Inverness Art und mit Fahrschein nach Edinburgh zu verfolgen. In der Zwischenzeit wurden die anderen Nachforschungslinien natürlich nicht vernachlässigt. Der vollständige Autopsiebericht lag noch nicht vor, aber jedermann schien sicher zu sein, dass es sich um einen Fall von Vergiftung handele. Das warf natürlich den Hauptverdacht auf den Kirschlikör und das wiederum warf natürlich den Hauptverdacht auf das Hotel. »Höchst wahrscheinlich der Hotelmanager«, sagte Greenwood grummelnd, mir erscheint er als ein widerlicher kleiner Wurm. Natürlich könnte es auch was mit jemandem vom Personal zu tun haben, etwa dem Barmann, der scheint ein reichlich übellauniger Bursche zu sein, und Ragley könnte ihn bei seinem aufflammenden Temperament ein bisschen verflucht haben, obwohl er hinterher immer reichlich großzügig war. Aber trotz allem sage ich, dass die erste Verantwortlichkeit und damit auch der erste Verdacht beim Manager bleibt. »Oh, ich wußte, dass der erste Verdacht beim Manager bleiben würde, sagte Pater Brown, deshalb habe ich ihn nicht verdächtigt. Sehen Sie, ich stelle mir eher vor, dass ein anderer gewußt hat, es werde der erste Verdacht beim Manager bleiben oder beim Personal des Hotels. Deshalb habe ich gesagt, es würde leicht sein, in diesem Hotel jemanden zu ermorden, aber ich nehme an, es wäre besser, sie gingen hin und brächten das mit ihm ins Reine. Der Inspektor ging hin, aber er kam nach einem erstaunlich kurzen Gespräch zurück und fand seinen geistlichen Freund vor, wie der einige Papiere durchsah, die eine Art Dossier der stürmischen Karriere John Reckless darzustellen Schienen. Das lief ulkig, sagte der Inspektor. Ich dachte, ich müsste Stunden damit verbringen, diese schlüpfrige kleine Kröte in die Zange zu nehmen, denn wir haben rechtlich praktisch nichts gegen ihn in der Hand. Stattdessen aber brach er sofort zusammen und hat mir, wie ich wirklich glaube, aus schierem Schiss alles berichtet, was er weiß. Ich weiß, sagte Pater Brown, genau so ist er auch zusammen gebrochen, als er Reckles Leiche fand, der offenbar im Hotel vergiftet worden war. Deshalb hat er dermaßen den Kopf verloren, dass er etwas so ungeschicktes tat, wie die Leiche mit einem türkischen Dolch zu verzieren, um den Verdacht auf den Muselmanen zu lenken, wie er sagen würde. Mit dem ist außer Schiss nichts los, der ist wirklich der allerletzte, der jemals wirklich ein Messer in einen lebenden Menschen stecken würde. Ich vermute, er musste sie sogar zusammenreißen, um eines in einen toten Menschen zu stecken, aber er ist der allerletzte, der Angst davor hat, einer Sache wegen angeklagt zu werden, die er nicht getan hat, und der sich deshalb selbst zum Narren macht, was er denn auch getan hat. Ich nehme an, ich muss auch den Barmann sprechen, bemerkte Greenwood. Ich nehme das auch an, antwortete der andere. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendeiner vom Hotelpersonal war, naja, weil es so arrangiert wurde, als ob es einer von den Hotelleuten gewesen sein müsste, aber schauen Sie mal her, haben Sie sich irgendwas von diesem Material angesehen, das Sie über Radley zusammengetragen haben? Er hatte wirklich ein interessantes nicht irgendwer seine Biografie schreiben wird. Ich habe mir Notizen über alles gemacht, was eine solche Angelegenheit möglicherweise betreffen könnte, sagte der Beamte. Er war ein Witwer, aber er hat mal einen Streit mit einem Mann wegen seiner Frau gehabt, einem schottischen Grundstücksmakler in dieser Gegend, und Ragley scheint recht gewalttätig geworden zu sein. Man behauptet, er habe die Schotten gehasst. mich lächeln, ein Schotte, vielleicht ein Mann aus Edinburgh? Vielleicht, sagte Pater Brown, es ist sehr wahrscheinlich von allen privaten Gründen abgesehen, dass er Schotten nicht mochte. Das ist ein merkwürdiges Ding, aber dieses ganze Volk von Tory Radikalen oder wie immer sie sie nennen wollen, die sich gegen die Wirtschaftsbewegung der Whigs stemmten, sie alle mochten die Schotten nicht. Cobbett ihren Akzent in einer seiner tödlichsten Passagen und selbst Shakespeare ist dieses Vorurteils angeklagt worden, aber die Vorurteile großer Männer haben im Allgemeinen etwas mit Grundsätzen zu tun. Und ich glaube, dass es da einen Grund gibt. Der Schotte entstammt einem armen Agrarland, das dann zu einem reichen Industrieland wurde. Er ist begabt und fleißig. Er glaubte, er bringe die Industriezivilisation Er hat einfach nicht gewusst, daß es im Süden bereits seit Jahrhunderten eine ländliche Zivilisation gab. Das Land seiner eigenen Vorfahren war höchst ländlich, aber nicht zivilisiert. Na gut, na gut, ich nehme an, wir können nur auf weitere Nachrichten warten. Ich kann mir kaum vorstellen, daß Sie die neuesten Nachrichten aus Shakespeare oder Dr. Johnson herausbekommen, grinste der Polizeibeamte. Was Shakespeare über die Schotten dachte, ist nicht unbedingt ein Beweis. Pater Brown zog eine Augenbraue hoch, als ob ihn ein neuer Gedanke überrascht hätte. Wo ich jetzt so darüber nachdenke, sagte er, könnte es noch bessere Beweise sogar aus Shakespeare geben. Er hat nicht oft von Schotten gesprochen, aber er hat es geliebt, über die Valisa zu spotten. Der Inspektor musterte das Gesicht seines Freundes, denn ihm war so, als erkenne er eine bestimmte Wachsamkeit hinter seinem gesetzten Ausdruck. Beim Zeus, sagte er, bisher hat niemand daran gedacht, den Verdacht in diese Richtung zu lenken. Nun ja, sagte Pater Brown in toleranter Ruhe, Sie haben davon angefangen, über Fanatiker zu sprechen, und dass ein Fanatiker alles tun könne. Und ich nehme an, wir hatten die Ehre, gestern in dieser Bierschenke einen der größten und lautesten und verstocktesten Fanatiker der modernen Welt zu Gast zu haben. Wenn die Tatsache, ein verstockter Idiot mit nur einem Gedanken zu sein, der Weg zum Mord ist, dann erhebe ich darauf Anspruch für meinen Amtsbruder Price Jones, den Prohibitionisten, und gebe und wie ich Ihnen schon sagte, ist es absolut zutreffend, daß sein entsetzliches Milchglas auf dem Tresen Seite an Seite mit dem rätselhaften Whiskyglas gestanden hat. Von dem Sie annehmen, daß es in den Mord verwickelt war, sagte Greenwood starrenden Blicks, sagen Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie das wirklich ernst meinen oder nicht. Noch während er stetig seines Freundes Gesicht fixierte, in dessen Ausdruck er etwas immer noch Unergründliches entdeckte, begann hinter der Bar das Telefon schrill zu klingeln. Inspektor Greenwood hob die Klappe im Tresen hoch, glitt rasch hindurch, hob den Hörer ab, lauschte für einen Augenblick und stieß dann einen Schrei aus, nicht an seinen Gesprächspartner gerichtet, sondern ans Universum im Allgemeinen. Dann lauschte er noch aufmerksamer und sagte mit Zwischenpausen explosiv, ja, 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 kommen Sie sofort rüber, bringen Sie ihn wenn möglich her, gutes Stück Arbeit, gratuliere Ihnen. Dann kam Inspektor Greenwood in den Schankraum zurück, wie ein Mann, dessen Jugend wiederhergestellt worden war, setzte sich breit auf seinen Platz, die Hände auf die Knie gestützt, starrte seinen Freund an und sagte, Pater Brown, ich weiß nicht, wie Sie das machen, Sie scheinen schon gewusst zu haben, dass er ein Mörder war, ehe alle anderen auch nur wußten, dass er ein Mensch ist. Er war niemand, er war nichts, er war eine leichte Störung in den Beweisen, niemand im Hotel sah ihn, der Boy auf der Treppe könnte kaum auf ihn schwören, er war nichts als der feine Schatten eines Verdachtes, der sich auf ein schmutziges Extra Glas stutzte, aber wir haben ihn und er ist der Mann, den wir haben wollten. Pater Brown hatte sich aus einem Gefühl für den Höhepunkt heraus erhoben und umkrampfte mechanisch all jene Papiere, die bestimmt waren, für den Biografen Mr. Reckleys so wertvoll zu sein, und stand da und starrte seinen Freund an. Vielleicht war es diese Geste, die seines Freundes Geist zu weiteren Bestätigungen bewog. Ja, wir haben den Schnellen gefasst und sehr schnell, wie Quecksilber war er auch beim Vorbereiten seiner Flucht. Wir haben ihn erst im letzten Augenblick aufhalten können, auf einem Angeltrip zu den Orkneys, sagte er. Aber er ist schon der richtige Mann. Er ist der schottische Grundstücksmakler, der mit Reckleys Frau eine Affäre hatte. Er ist der Mann, der in dieser Bar Whisky getrunken hat und dann einen Zug nach Edinburgh nahm und niemand würde davon gewusst haben ohne sie. Nun ja, aber was ich meinte, begann Pater Brown in einem gewissermaßen verstörten Ton und in diesem Augenblick hörte man vor dem Hotel das Rattern und Rumpeln schwerer Autos und zwei oder drei weitere untergeordnete Polizisten blockierten die Bar durch ihre Anwesenheit. Einer von ihnen, den sein Vorgesetzter eingeladen hatte, sich zu setzen, tat das in einer ausgreifend behebigen Weise, wie einer, der zugleich glücklich und müde ist. Und auch er betrachtete Pater Brown mit bewundernden Blicken. Habt den Mörder erwischt, Sir, oh ja, sagte er, ich weiß, dass er ein Mörder ist, denn fast hat er mich auch umgebracht. Ich hab schon früher manchen harten Burschen geschnappt, aber nie einen wie den, schlug mir in den Magen wie ein Pferdehuf und hat sich fast richtigen Killer erwischt, Inspektor. Wo ist der? fragte Pater Brown starräugig. Draußen im Wagen in Handschellen, erwiderte der Polizist, und wenn sie klug sind, dann lassen sie ihn da, für den Augenblick. Pater Brown sank in einer Art milden Zusammenbruchs in einen Sessel und die Papiere, die er krampfhaft festgehalten hatte, flatterten um ihn und schossen und schlitterten über den Fußboden wie schollen brechenden Eises. Nicht nur sein Gesicht, sein ganzer Körper vermittelte den Eindruck eines durchlöcherten Ballons. Oh, oh, wiederholte er, als ob jeder andere Fluch unangemessen sei. Oh, ich hab's wieder getan. Wenn sie damit meinen, dass sie wieder den Verbrecher gefangen haben, begann Greenwood, aber sein Freund hielt ihn mit einer schwachen Explosion wie entfauchendes Sodawasser auf. Ich meine, sagte Pater Brown, dass das immer wieder geschieht, und tatsächlich weiß ich nicht, warum. Ich versuche immer zu sagen, was ich meine, aber alle anderen verstehen so viel mehr, als ich sage. Was in aller Welt ist denn jetzt los? schrie Greenwood, plötzlich verzweifelt. Also, ich sage Dinge, sagte Pater Brown mit schwacher Stimme, die schon allein die Schwäche der Worte Ich sage Dinge, aber alle anderen scheinen zu wissen, dass sie mehr bedeuten, als sie sagen. Einmal habe ich einen zerbrochenen Spiegel gesehen und gesagt, etwas ist geschehen, und alle anderen antworteten, ja, ja, wie sie so richtig feststellen, haben zwei Männer miteinander gerungen, und einer ist in den Garten gerannt, und so weiter. Ich verstehe das nicht. Etwas ist geschehen, und zwei Männer haben miteinander gerungen, erscheint mir überhaupt nicht wie das gleiche, aber ich wage dennoch zu behaupten, dass ich alte Bücher über die Logik gelesen habe, und hier ist es genauso. Sie alle scheinen sich sicher zu sein, dass dieser Mann ein Mörder ist, aber ich habe niemals gesagt, dass er ein Mörder sei. Ich habe gesagt, er sei der Mann, den wir haben wollten. Er ist es. Ich wollte ihn unbedingt haben, ich wollte ihn ganz dringend haben, ich wollte ihn haben als das einzige Ding, das wir in diesem ganzen scheußlichen Fall nicht haben, als Zeugen. Sie alle starrten ihn an, aber auf eine stirnrunzelnde Weise, wie Männer, die sich bemühen, einer scharfen neuen Wendung in der Argumentation zu folgen, und er war es, der die Argumentation wieder aufnahm. Von der ersten Minute an, als ich diese große leere Bar oder den Salon betrat, wusste ich, dass die Eigenart dieser ganzen Vorgänge die Leerheit war, die Einsamkeit, zu viele Möglichkeiten für jeden allein zu sein. Mit einem Wort, die Abwesenheit von Zeugen. Das Einzige, was wir wussten, war, dass weder Manager noch Barmann in der Bar waren, als wir hereinkamen. Aber wann waren sie in der Bar? Was brachte es, irgendeine Art von Zeittafel darüber aufzustellen, wann irgendwer irgendwo war? Die ganze Sache blieb aus Mangel an Zeugen leer. Ich nehme an, dass der Barmann oder sonst jemand unmittelbar vor unserer Ankunft in der Bar gewesen ist, und so hat der Schotte seinen schottischen Whisky bekommen. Er hat ihn ganz gewiss nicht bekommen, nachdem wir eingetroffen waren. Wir können aber nicht anfangen nachzuforschen, ob irgendwer im Hotel den Kirschlikör des alten Wreckley vergiftet hat, solange wir nicht wissen, wer in der Bar war und wann. Nun möchte ich, dass sie mir einen weiteren Gefallen tun, trotz dieses dämlichen Kuddelmuddels, das vermutlich ganz allein meine Schuld ist. Ich möchte, dass sie all die betroffenen Leute hier in diesem Raum versammeln. Ich glaube, dass sie alle noch zur Verfügung stehen, es sei denn, der Asiate wäre nach Asien zurückgekehrt. Und dann befreien sie den armen Schotten von seinen Handschellen und bringen sie ihn hier herein und er soll uns erzählen, wer ihm den Whisky serviert hat und wer in der Bar war und wer sonst noch im Raum war und all das Übrige. Er ist der einzige Mensch, dessen Zeugnis eben jene Zeitspanne überbrücken kann, in der das Verbrechen geschah, und ich sehe nicht den geringsten Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Aber hören Sie, sagte Greenwood, damit sind wir doch wieder bei den Hotelleuten, und ich dachte, Sie seien auch der Meinung, dass der Manager der Mörder nicht ist. Ist es der Barmann oder was? Ich weiß es nicht, sagte der Priester ausdruckslos. Ich bin mir nicht einmal hinsichtlich des Managers sicher. Ich weiß gar nichts über den Barmann. Ich könnte mir vorstellen, dass der Manager ein bisschen ein Verschwörer sein könnte, selbst wenn er kein Mörder ist. Aber ich weiß, dass es einen einzigen Zeugen auf Erden gibt, der etwas gesehen haben könnte. Erde auf seine Spur gehetzt. Der geheimnisvolle Schotte war, als er endlich vor der so versammelten Gesellschaft erschien, gewiß eine bemerkenswerte Erscheinung. Groß, mit schwerem Schritt, einem langen sardonischen scharf geschnittenen Gesicht und mit büscheln roten Haares, und er trug nicht nur ein Inverness Cape, sondern auch eine Glangarry Schottenmütze. Er mochte wegen einer einigermaßen bissigen Haltung entschuldigt sein, aber jeder Mann konnte sehen, dass er von jener Art war, die sich jeder Verhaftung widersetzt, auch mit Gewalt. Es war nicht überraschend, dass er mit einem kämpferischen Burschen wie Ragley handgemein geworden war. Es war nicht einmal überraschend, dass die Polizei allein durch die Einzelheiten seiner Festnahme davon überzeugt wurde, er sei ein harter und typischer Killer. Aber er behauptete, ein vollkommen rechtschaffender Bauer in Aberdeenshire zu sein, James Grant mit Namen und irgendwie war nicht nur Pater Brown, sondern war auch Inspektor Greenwood, ein gewiefter Mann mit einer großen Erfahrung ziemlich rasch davon überzeugt, dass die Wildheit des Schotten eher der Zorn der Unschuld als der Schuld war. Was wir von Ihnen wollen, Mr. Grant, sagte der Inspektor ernst und fiel ohne weiteres herumgerede in einen höflichen Ton, ist einfach Ihre Aussage zu einer sehr wichtigen Tatsache. Das Missverständnis, unter dem Sie zu leiden hatten, tut mir sehr leid, aber ich bin sicher, dass Sie bereit sind, der Gerechtigkeit zu dienen. Ich glaube, Sie sind in diese Bar gekommen, unmittelbar nachdem sie geöffnet hatte, um halb sechs, und bekamen ein Glas Whisky serviert. Wir sind nicht sicher, welcher Bedienstete des Hotels, ob der Barmann oder der Manager oder ein anderer Untergebener zu der Zeit in der Bar war. Würden Sie sich bitte umsehen und mir sagen, ob derjenige, der Sie an der Bar bediente, gegenwärtig hier ist? Ei, der ist da, sagte Mr. Grant und lächelte ingrimmig, nachdem er die Gruppe mit scharfem Auge überflogen hatte. Ich würde ihn überall wiedererkennen und Sie werden mir zustimmen, dass er groß genug ist, um gesehen zu werden. Sind all eure Kneipenkellner so groß wie der? Das Auge des Inspektors blieb hart und stetig und seine Stimme farblos und fortlaufend. Das Gesicht Pater Browns war leer, aber auf manchen anderen Gesichtern lagerte eine Wolke. Der Barmann war nicht besonders umfangreich und keinesfalls groß und der Manager war entschieden zu klein. Wir möchten nur den Barmann identifiziert haben, sagte der Inspektor ruhig. Natürlich kennen wir ihn aber, wir möchten, dass Sie das unabhängig bestätigen. Sie meinen? Und plötzlich hielt er inne. Nun, da steht er doch deutlich genug, sagte der Schotte erschöpft und machte eine Geste und zu dieser Geste erhob sich der riesige Jukes, der Fürst der Handelsreisenden, wie ein trompetender Elefant, und drei Polizisten hatten sich wie der Blitz an ihm gehängt, wie Hetzhunde an ein wildes Tier. Nun, das war alles einfach genug, sagte Pater Brown hinterher zu seinem Freund. Wie wie gesagt habe, war in dem Augenblick, in dem ich den leeren Barraum betrat, mein erster Gedanke, dass, wenn der Barmann seine Bar so unbewacht verließ, nichts in der Welt sie oder mich oder sonst wen daran hindern könnte, die Klappe hochzunehmen und durchzugehen und Gift in eine beliebige Flasche zu schütten, die da stand und auf den Kunden wartete. Natürlich würde ein erfahrener Vergifter es wahrscheinlich so tun, wie Juxes tat, nämlich eine vergiftete Flasche gegen eine normale austauschen, das konnte im Handumdrehen geschehen. Es war leicht genug für ihn, der mit Flaschen reiste, eine vorbereitete Flasche Kirschlikör von derselben Art mitzubringen. Natürlich bedurfte es einer bestimmten Voraussetzung, aber das ist eine ziemlich gewöhnliche Voraussetzung. Es würde nichts nutzen, damit zu beginnen, das Bier oder den Whisky zu vergiften, wovon die Leute am meisten trinken, das würde ein Massenmord werden. Aber wenn bekannt ist, dass ein Mann nur eine ganz bestimmte Sache trinkt, wie Kirschlikör, der nicht allzu verbreitet getrunken wird, dann ist es wie ihn zu Hause zu vergiften. Nur ist es eine ganze Menge sicherer, denn praktisch fällt der gesamte Verdacht sofort auf das Hotel oder auf jemanden, der mit dem Hotel zu tun hat, und es gibt auf Erden keinerlei Argument zu begründen, dass es einer unter den Hunderten von Gästen getan hat, die in die Bar kommen mochten, sogar dann, wenn den Leuten klar wird, dass ein Kunde es hätte sein können. Es war nahezu ein so absolut anonymer und verantwortungsloser Mord, wie ihn ein Mann nur begehen kann. Und warum genau hat ihn nun der Mörder begangen, fragte sein Freund. Pater Brown erhob sich und sammelte gravitätisch die Papiere ein, die er zuvor in einem Augenblick der Ablenkung verstreut hatte. Darf ich ihre Aufmerksamkeit, sagte er lächelnd, auf die Unterlagen lenken, die mit den vorauszusehenden Leben und Briefe des verblichenen John Wackley zu tun haben, oder zum Beispiel auch auf den gesprochenen Worte, er sagte genau in dieser Bar, dass er einen Skandal in der Geschäftsführung von Hotels ans Tageslicht bringen wolle, und der Skandal war der sehr gewöhnliche einer korrupten Vereinbarung zwischen Hotelbesitzern und einem Verkäufer, der insgeheim Kommissionen nahm und gab, so, dass sein Geschäft ein Monopol für alle im Haus verkauften Getränke hatte. Es war nicht einmal offene Sklaverei wie bei gewöhnlich gebundenen Häusern. Es war ein Schwindel zu Lasten aller, die der Manager eigentlich zu bedienen hatte. Es war ein Gesetzesbruch. Also war der erfindungsreiche Jukes im ersten Augenblick, in dem die Bar leer war, wie so oft, hineingegangen und hatte die Flaschen ausgetauscht. Unglücklicherweise kam in eben diesem Augenblick ein Schotte im Inverness Cape herein und verlangte schroff Whisky. Jukes erkannte seine einzige Chance darin, so zu tun, als sei er der Barmann und den Kunden zu bedienen. Er war sehr erleichtert, dass der Kunde ein Schneller war. Ich denke, dass Sie selbst ein reichlich schneller sind, bemerkte Greenwood, wenn Sie sagen, dass Sie von Anfang an etwas gewittert haben, in der puren Luft eines leeren Raumes. Haben Sie Jukes von Anfang an verdächtigt? Nun ja, er klang irgendwie reich, antwortete Pater Brown Waage. Sie wissen doch, wenn ein Mann eine reiche Stimme hat, und ich habe mich sozusagen selbst gefragt, warum er eine so ekelhaft reiche Stimme haben sollte, wo doch all diese ehrlichen Burschen ziemlich arm sind. Aber ich glaube, ich wusste schon, dass er ein Schwindler ist, als ich diese große, schimmernde Krawattennadel sah. Sie meinen, weil sie ein Schwindel war? fragte Greenwood zweifelnd. Oh nein, weil sie echt war, sagte Pater Brown.